Den Raum zerbarrikadieren. So. Den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Ihr seid jetzt nicht deppert. Okay, das gefällt mir. Das finde ich toll. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Scheiße. Finde ich jetzt nicht so toll. Du wurdest entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Da ist es. So, ich mach hier zu. Kann ich da auch noch? Kann ich auch noch. So, verstärkt mir das noch. Oh, das dauert. Soll ich hoch? Nein, du gehst hoch. Okay, ist gut. Ich hab doch noch... Was hab ich denn noch? Kann noch Übertragung läuft. Fuck, das geht gleich los. Ich mach dazu, Junge. Ich mach dazu. So, das klatsche ich da oben dran. Ich weiß nicht. Smoker ist für mich ganz neu, wenn ich jetzt R1 drücke. Hey! Dann werfe ich doch irgendeinen Blödsinn, hm? Scheiße, ich brauch eine geilere Position. Falsch. Gott. Anderes Scheißsystem im Kopf. Oben. Von oben. Gib ihm alles. Gib alles. Fuck. Habe ich platziert. Super. Fuck. Einen hab ich. Sexy. Nur noch ein Gegner und durch. Fuck, warte, 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 warte. Ich werd's hören. Ding. Scheiße. Das war blöd, das war blöd. Aber wir haben gewonnen. Gott, irgendwie. Ich hab eine andere Steuerung drinnen. Das ist... War ich ein bisschen überfordert gerade eben. Aber wir haben gewonnen. Das finde ich toll. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Smokey. War jetzt nicht gerade so der Hit, oder? Nehmen wir... Oh, die. Die, die hat eine geile Knarre. Ich stehe auf ihre Knarre. Verdammte Scheiße. Ich bin alleine. Okay. Wie soll ich denn das jetzt machen alleine? Toll habe ich markiert. Ist so unten, gell? Was? Oh, na. Scheiße, es ist... Moment. Sherry? Sherry, ich muss euch stumm schalten. Ja, 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 ja. Die reden alle. Die sind ein Team. Oh, die werden mich sicher killen. Warte kurz. Den muss ich noch ausschalten. Der war am schlimmsten. So. Ich werde das definitiv sowieso nicht hinbekommen alleine. Aber ich versuche es trotzdem. Ich bin sicher gleich tot. Ja, ich wurde entdeckt. Mir voll egal. Oh, lächerlich. Ich bin neutralisiert. Scheiße. Ich dachte, der wäre safe. Na gut, macht nix. Macht gar nix. Nehmen wir wieder einen Smoky. Für was habe ich denn jetzt gekauft? Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Okay, Kinder, macht's nur kein Blödsinn mit mir, gell? Dann ich... Ja. Denn ich habe Angst alleine. Die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Das ist schlecht. Die Drohne leckt ein wenig, ha? Ich komme in der Warte bereit. Siehst du? Das ist alles gekunstelt von mir. Was machst du denn? Okay, die haben die Drohne entdeckt. Voll egal. Mach ich doch. Wieso hast du das kaputt gemacht? Warte, war das das... War das der Raum, wo ich gekommen bin? Nö. Hm. Oh, warte, nicht einsperren, Junge. Ah, er hat mich ausgesperrt. Ich möchte das jetzt nicht kaputt machen. Denn... Ja, jetzt bin ich eingesperrt. Ich kriege sowas nicht hin. Ich wollte es ihm nicht kaputt machen. Oh, na. Ah, fuck. Minus 5, geh weg von da. Einen Kill habe ich schon mit dem hinkriegt. Finde ich herrlich. Ah, wir haben schon gewonnen. War ja easy. Wir folgen für eigenen Truppen. Wie er den killteln hat können, dann war es ja auch nicht. Oh, fuck, der ist weg. Ähm. Nehmen wir ihn. Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Gut, gut, gut. Mach mal. Letzte Runde, wenn wir die gewinnen. Easy. Gut gemacht. Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Ah, okay. Warte. Punkte. Punkte, jede Menge Punkte. Ah, scheiße. 10 Sekunden ist Einsatz. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Geht klar. Ey, ey, ey. Macht ja wieder scheiße, oder? Wieso, wie siehst du mich an, Junge? Oh, mein Gott. Nur Vollidiot, nicht? Magazin weg, nicht? Magazin wird geladen! Eine Ladung für den Durchbruch, nur eingesetzt. Huh? Ein Gegner verbleibt. Ich bin zwar gleich tot, aber vielleicht kriege ich den einen Gegner. Oh, ich kriege gar nichts. Eigener Druck hat Gegner eliminiert. Habe ich wenigstens irgendwas gerissen? Ich habe dabei zwei Kills, vier Assisten. Okay. Wir haben gewonnen, super. War jetzt eine komische Runde, weil die Teammitglieder... Weiß ich nicht. Verstehen nicht. Verstehen nicht, verstehen nicht, verstehen nicht. Verstehen nicht. Bis zum nächsten Mal.